Du hast dir bereits die neue Playstation 5 bestellt und fragst dich jetzt, welche Spiele du holen solltest? Dann bist du hier genau richtig. Wir stellen dir 5 der besten Playstation 5 Spiele vor, die noch dieses Jahr erscheinen werden. Von Playstation Studios und Bluepoint Games kommt das Remake des Playstation Klassikers Demons Souls. Dieses Remake wurde von Grund auf neu entwickelt und meisterhaft ergänzt. So kann eine komplett neue Generation von Gamern die Schrecken eines vernebelten, dunklen Fantasylandes erleben. Wer sich diesem Kampf schon einmal gestellt hat, kann die Finsternis jetzt erneut mit atemberaubender Grafik und unglaublicher Leistung herausfordern. In seinem Streben nach Macht hat sich König Erland, der 12. König von Boletaria, den alten Seelenkünstlern verschrieben und einen Dämon von Anbeginn der Zeit heraufbeschworen. Das Uralte. Mit der Rückkehr des Uralten legte sich ein farbloser Nebel über das Land, aus dem schreckliche Kreaturen mit einer Gier nach menschlichen Seelen erschienen. Die Menschen, denen die Seelen geraubt wurden, verloren auch ihren Verstand und folgen jetzt nur noch dem Drang, die übrig gebliebenen anzugreifen. Boletaria ist von der Außenwelt abgeschnitten und die Ritter, die sich durch den tiefen Nebel wagen, um das Land von seinem Leid zu befreien, kehren nie wieder zurück. Als einsamer Krieger, der sich dem unheilvollen Nebel stellt, musst du dich schweren Herausforderungen stellen, um dir den Titel Dämonentöter zu verdienen und das Uralte wieder in den Schlaf zu versetzen. By the way, wir haben alle Spiele für euch mit günstigen Preisen in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut also bei Interesse in die Beschreibung. Sie morden ohne jeden Skrubel. Sie verwüsten die Reiche Englands. Unser Land, das sie niemals verteidigen oder gar leben werden. Die Zeit ist gekommen. Um zu antworten. In einer Sprache, die sie verstehen. Den Fortsetzer der beliebten Assassin's Creed Serie wird es auch auf der Playstation 5 geben. In Assassin's Creed Valhalla schlüpfst du in die Rolle von Ivor und wirst Teil einer Gemeinschaft von Wikingern, die mit den Legenden von Schlachten und Ruhm aufgewachsen sind. Erkunde eine lebendige und wunderschöne offene Welt vor der brutalen Kulisse von Englands dunklem Zeitalter. Überfalle deine Feinde, lasse deine Siedlung wachsen und weite ihre politische Macht aus, um dir einen Platz unter den Göttern in Valhalla zu verdienen. A hero ist just someone who doesn't give up. Eines der Playstation 5 Titel, auf die wir uns am meisten freuen, ist Marvel's Spider-Man Miles Morales. Erlebe den Aufstieg von Miles Morales. Meistere als aufstrebender Held unglaubliche, explosive Kräfte, um ein ganz neuer Spider-Man zu werden. Das neueste Abenteuer im Spider-Man-Universum weiß mit einer brandneuen Story aufzuwarten. Spieler erleben darin den Aufstieg von Miles Morales, dem es gelingt, mithilfe neuer Kräfte sein eigener Spider-Man zu werden. Dank der ultraschnellen SSD der PS5 bewegen sich Spieler fast ohne Ladezeiten in atemberaubender Geschwindigkeit durch Marvel's New York City und erleben mit dem DualSense Wireless Controller auch haptisch, wie sich Miles durch die Häuserschluchten schwingt, Schläge austeilt, Netzfäden schießt und seine Gegner mit Venom Blasts das Fürchten lehrt. Detaillierte Charaktermodelle und verbesserte Grafik im Spiel lassen die Abenteuer von Miles Morales als Spider-Man noch realistischer erscheinen. Begleite Sackboy auf einem epischen 3D-Platforming-Abenteuer mit deinen Freunden. Der legendäre Playstation-Held Sackboy kehrt in einem völlig neuen 3D-Abenteuer zurück. Mit einer Steuerung, mit der du voll ins Geschehen eintauchst. Spieler können sich allein auf dieses epische Jump'n'Run-Abenteuer begeben oder mit bis zu vier Freunden chaotischen Multiplayer-Spaß erleben. Gran Turismo 7 profitiert von 22 Jahren Erfahrung, um dir die besten Aspekte aus der Geschichte des Franchises zu bieten. Von klassischen Fahrzeugen und Strecken bis hin zur Wiedereinführung des legendären GT Simulation Mode bringt Gran Turismo 7 die besten Eigenschaften früherer Versionen mit in die Zukunft. Ein noch realistischeres Fahrerlebnis erwartet euch dank haptischem Feedback, durch das ihr beim Gas geben so richtig auf eure Kosten kommt. Dank der immersiven 3D-Audio der PS5 nehmen Spieler wahr, wo sich andere Autos und Fahrer um sie herum befinden. Und dank der ultraschnellen SSD der PS5 werden Rennstrecken im Handumdrehen geladen, für das ultimative Rennerlebnis. London, hier spricht Zero Day. Diese kleinen Anschläge waren meine Art Hallo zu sagen. Ich erwarte nicht, dass ihr das versteht. Aber was ich mache, ist gut. Zerstörung ist immer heilsach. Weitere Bomben wurden eben aktiviert. Das könnte kompliziert werden. Sie sind überall in London verteilt. London befindet sich in einer Todesspirale. Während die Behörden uns für Verbrechen jagen, die wir nicht begangen haben. Nehmen Albion und die Kelly-Bande... Lass mich gehen. ...die Stadt für ihre eigenen Zwecke in Besitz. Wir haben die Bombe nicht gelegt, sondern entschernt. In der nahen Zukunft steht London kurz vor dem Untergang. Die Menschen werden von einem allwissenden Überwachungsstaat unterdrückt. Private Militäreinheiten patrouillieren durch die Straßen und ein mächtiges Verbrechersyndikat hat die Schwachen als Beute auserkoren. Das Schicksal von London liegt in deinen Händen. Es liegt an dir, eine Widerstandsbewegung aufzustellen, die den Kampf aufnimmt. Watch Dogs Legion liefert eine bisher nie erlebte spielerische Neuerung, die es dir erlaubt, in die Haut jeder Figur zu schlüpfen, der du in London begegnest. Jede einzelne Figur der offenen Spielwelt ist spielbar. Jede von ihnen hat ihre eigene Hintergrundgeschichte, ihre eigene Persönlichkeit und ihre eigenen Fertigkeiten, die dich dabei unterstützen, dein eigenes einzigartiges Team zusammenzustellen. Nimm deine Charaktere online mit und schließ dich mit Freunden zusammen, um London in Koop-Einsätzen mit bis zu vier Spielern zurückzuerobern. Dir stehen Endspiel-Herausforderungen und tägliche Events zur Verfügung. Welche PlayStation 5 Spiele wirst du dir holen? Schreibe es uns in die Kommentare. Wir haben dir die Spiele mit günstigen Preisen zum Vorbestellen in der Videobeschreibung verlinkt. Somit kannst du direkt bei Release losspielen. Teile das Video mit deinen Freunden und lasse ein kostenloses Abo da, um keine neuen Videos über die PlayStation 5 zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuschauen und viel Spaß beim Zocken.